Hallo und herzlich willkommen mein Liebes mit Gemüse. Heute haben wir schon das Türchen 19 und heute ist was Schönes passiert. Also für manche, die mögen es nicht. Ich finde es eigentlich ganz schön. Meistens ist es dann da draußen immer ein bisschen Chaos auf den Straßen, aber es hat geschneit. Seid jetzt nicht verwirrt, wir haben heute den 5. Dezember. Für euch ist jetzt natürlich schon der 19. Dezember, aber an dem Tag, wo ich dieses Video drehe, ist der 5. Dezember. Und heute hat es geschneit und ich finde es großartig. Und ja, wir fahren jetzt gleich eine Freundin abholen. Die Freundin bekommt auch tolle Dreads von mir. Und ja, ich werde heute einfach ein paar Schneeaufnahmen reinpacken und Dortmund zeigen im Schnee. Dreads von mir. ió Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal.